Moin moin Freunde des guten Geschmacks, der langersehnte Trailer ist endlich online, der Teaser-Trailer zu Captain Marvel. Disney hat ihn online gestellt und Brie Larson in der Hauptrolle als Captain Marvel. Vielleicht hoffe ich mal nicht so overpowered, 9. März 2019 kommt er in die Kinos und wir machen gleich eine Trailer-Reaction dazu. Ja, was kann man noch kurz vorweg sagen? Es soll eine, ja auch wie so eine Art Origin-Story schon sein, aber sie hat schon ihre Kräfte angeblich. Wenn ihr die noch nicht gesehen habt, hier ist natürlich nochmal ein Info-Button, da geht ihr rauf in die Infokarte und guckt euch das Video an. Gefälligst, ne? Und lasst natürlich vorweg vielleicht ein Abo da, dass ihr sowas hier nicht mehr verpasst, weil es sind ja die Marvel-Wochen. Was können wir noch mehr besprechen? Keine Ahnung, sonst weiß man nicht mehr viel. Es ist ja halt ein Teaser-Trailer. Ja, das ist, würde ich sagen, wir machen jetzt hier einmal das an mit meinem Handy und gucken uns den an zusammen, ne? Ja, hier ist nochmal ein Teaser-Plakat, habe ich noch gesehen, das erste und da sieht man sie mit roten Handschuhen, glühend. Ich hoffe mal, sie ist nicht so, wie gesagt, overpowered. Hier steht aber auch higher, faster, höher, weiter, schneller. Ja, und das Zeichen sieht schon ziemlich cool aus, schlicht. Ja, mal gucken. Also erstmal trotzdem jetzt die Trailer-Reaction. So, ein Meteoriten-Einschlag sieht man hier und immer ist es auf die Erde gekommen, wahrscheinlich. Ist es Captain Marvel? Blockbuster? Krieg ist eine Sprache, die jeder versteht. Nick Fury. Und ich erkenne einen Abendungen in Soldaten, wenn ich einen ziehe. Es kam mir nie in den Sinn, dass mal einer vom Himmel fällt. Ah, da hat sie dann schon ihre Kräfte. Zehn Jahre. Inversion aus dem Weltall. Carol Danvers. Erfolgsjagd. Ich war kurz davor aufzugehen, bis ich dich heute traf. Ohohoho. Ach so, du bist nicht von hier. Ich werde zu erklären. 2019 geht's los. Ach, der hat sich das noch schlecht vergessen. Aber ich kann nicht sagen, ob es echt ist, würde ich... Ein Deckel. Ja, ach. Wir erkennen die Bedrohung. Wir haben das nicht. Das schaffen wir nicht allein. Ach, echt so ein Krozen. Wir brauchen dich. War das Karimlo? Ich bin nicht das, wofür sie mich halten. Ja. Oha. CGI. Demnächst. Ist schlicht solide, aber irgendwie, ja, hätte ich ein bisschen mehr erwartet. Gut, es ist ein Teaser-Trailer. Der richtige Trailer, wahrscheinlich kommt er in ein paar Tagen raus oder in einer Woche. Hat das jetzt gezeigt, dass sie keine Erinnerung hat, ähm, dass die Kree sind da zu sehen. Ich glaube, das am Schluss war Yondu. Ich konnte es jetzt nicht so richtig sehen, weil mein Handy ein bisschen dunkel war, das Bild. Aber, hm, es ist so ein bisschen, man hat nicht viel gesehen von irgendwelchen Kämpfen. Overpowered, klar, ihre Kräfte an der Art. Es ist schwierig zu sagen, was man jetzt davon halten soll. Ist ja auch normal. Man muss ja nicht alles durchkauen und irgendwie analysieren und theorisieren, sag ich mal. Aber es sah so aus, wenn der Yondu war. Und irgendwann sieht man ja auch, äh, Ronan den Ankläger. Er sagt ja auch, er hat sie gesucht. Das ist schon mal nicht schlecht. Ich bin gespannt, was die überhaupt für eine Beziehung haben. Und ob dieser eine, ich glaube, der heißt irgendwie Starforce. Vielleicht ist es ja Mr., äh, Mr. Marvel ist das schon? Captain Marvel. Mar-Vell? Captain Mar-Vell. Und sie ist ja auf jeden Fall, hat ihre Rennung vergessen und ist runtergeflogen von der, was sieht, wo sie herkam, ne? Ja, also. Das war der Trailer. 9. März, wie gesagt, 2019 kommt dieser raus. Avengers 4, wissen wir, haben auch noch keinen Titel. Da bin ich mal gespannt. Dann geht's hier weiter bei der Marvel-Wochen. Macht nochmal bei dem Gewichtspiel mit. Guckt nochmal eine Comic-Review und so weiter. Habt viel Spaß. Lasst ein Abo da, lasst ein Like da. Und wir sagen, Leute, bis dann und schauen. Bam! Bis zum nächsten Mal. 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 Untertitelung des ZDF, 2020